Puh, ich wurde fast erschossen. Hey, kannst du mein Baby halten? Nein, wie es aussieht nicht. Oh nein, ich komme zu spät. Wir haben keine Chance gegen diese ganzen Verbrecher. Keine Sorge, ich habe dort einen Mann von uns eingeschleust. Hallo, ja, ich bin ein echter Mann, ich bekämpfe gern Verbrechen, ja, ja. Hund, 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 Hund. Mein Hirn ist groß und schlau. Oh Gott, Ente! Oh Gott, Steve! Wie geht's dir, Mann? Du bist der Typ, Mann, auf dem ganz viele Frauen stehen. Okay. Daddy ist krank. Pass auf, ne Babykatze! Das klingt aber nicht so gefährlich. Wieso kannst du mir privat noch irgendwas beibringen? Ich habe mir einiges beibringen. Oh wow. Willst du es rausfinden? Unbedingt.